Du bist was? Du bist ein langes Schwert. Okay. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Wie sieht es mit der Fahrguss? Boah, ich habe hier immer noch Stufe verloren. Okay. So, damit haben wir die zweite Begegnung hier auch hinter uns. Wie ihr wünscht. Dann wasten wir jetzt mal schnell zu unserem Lager zurück. Was habt ihr da draußen gesehen? Ihr scheint nervös, Leutnant. Ist alles in Ordnung? So viele Dinge, aber nur ein Bruchteil von dem, was ich sehen möchte. Ich gehe bald wieder los. Ich scheint nur nervös zu sein. Verzeih mir, wenn ich euch belästigen werde, Herr. Darf ich ein Wort mit euch wechseln? Was gibt es? Es sind diese Halb-Orks, die letzte Nacht aufgetaucht sind und gesagt haben, sie wollen Kreuzrittern zerschmettern. Die Ungewöhnlichen, wie wir sie genannt haben. Niemand schien zu denken, dass sie breiter oder eine schlechte Idee war, aber ich traue ihnen nicht. Ihr erzählt mir das, weil... Wenn ihr einen Streit mit ihnen anfangt, werden sie sicher fortgeschickt. Niemand würde glauben, dass sie sie nicht angefangen hätten. Diese Ungewöhnlichen haben nichts Falsches getan. Ich werde keinen Streit mit jemandem anfangen, der eventuell gegen Kela hilft. Ganz unabhängig von seiner Rasse. Wenn ihr das so seht, aber gebt auf euch Acht, wenn sie uns betrügen. Wie soll er einen Streit mit Halb-Orks-Seltner dagegen provozieren? Und wo finde ich die jetzt? Was habt ihr dort draußen gesehen? Ich wollte über die Serienkulieren reden. Die Halb-Orks sind immer noch da im Moment. Lass es mir wissen, wer sich es ändert. Brückenfortflüchtling. Ah. Habt ihr was zu sagen? Wenn wir den Kreuz und Kierig aufhalten, kann niemand sagen, wie weit sie gehen werden. Unsere Feuerte könnten die Kreuz und für Wochen, wenn ich gar Monate versorgen. Ah, die Ungewöhnlichen sind da drüben. Aber erst mal... Sagen wir Belkram. Hallo? Ich könnte den Kopf verkaufen. Die kalte Hand kann ich verkaufen. Minz-Cut nicht. Abwehr-Abstschienen, die behalten wir mal. Was ich verkaufen möchte... Ackig-Panzer kann ich nicht verkaufen. Aber das Kurzschwert kann ich verkaufen. Äh, ja. Minz gibt noch Tränke ab. Den kann er ruhig behalten. Das auch. Elektrizität-Widerstand braucht eigentlich auch nicht. Aber den Gürtel bitte und das Ding da. Das ist einfach nur ein Gipfavisions-Ring, genau. Dünner hier oben des Reisenden kann sie behalten. Die Ringe hätten wir aber gerne. Genauso wie die Waffen. Und die ganzen Schleuderkugeln. Das Ding. Die kann sie behalten. Baldurans Umwagen. Ich kann das auch nicht mehr behalten. Ich kann es nicht mehr behalten. Es ist gebrochen. Das auf jeden Fall. Ja. Und das hier. So, den Rest kann sie behalten. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handeln sehen, der Umtüber. Hey, hast du noch etwas auf meiner Liste gefunden? Ich bin ziemlich verrückt von Adoy, der in meinem Kopf rumläuft. Ich habe es satt, dass Adoy in meinem Kopf rumläuft. Ich habe noch nichts, aber ich möchte, dass ihr euch mehr anschließt. Ich soll mitkommen? Wirklich, meint ihr das ernst? Ihr seid der Beste, Maria. Lasst uns den Trank... etwas Trankzeug suchen. Hm? Du würdest mich, dass ich eure Gesellschaft verlasse in Brennui? Ja, aber nur kurz. Ich möchte, dass ihr und Minsk hier bleibt. Wenn das euer Wunsch ist, dann soll es so sein. Nehmt wohl. Bo will auf Wiedersehen sagen. Ich werde es Brennui ihr sagen. Brennui, Bo sagt auf Wiedersehen. So, und jetzt noch Tudor. Der Held von Balthus Turgi wird mir ein Gespräch mit ihm. Ich fühle mich geehrt. Ja. Ich könnte einen Halbock für euch in meiner Truppe gebrauchen. Da solltet ihr euch Doppelgehrt führen, wenn ich euch in meine Gruppe einlade. Ihr seid von euch überzeugt. Vielleicht so sehr, aber ich schließe mich euch an. Fürs Erste. Und mir ist, ich habe vergessen, Minsk seine Waffe abzunehmen. Wie sieht es eigentlich mit der Farbe? Ich habe ganz komplett was vergessen. Und jetzt habe ich einfach, oh, drück Nacht, drückend geladen. Auch gut. Wie ihr wünscht. Also gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nochmal hierher zurück, bitte. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch rasten und die Energie wiederherstellen. Also erstmal rasten und dann gucken. Alles in Ordnung, Leutnant. Was gibt es? Erzählt mir das, weil... Ja, nehmen wir doch mal die zwei. Ich werde hier sein, wenn ihr mich braucht. Ja, verkaufen werde ich dann, wenn ich es muss. Jetzt erst einmal die Leute hier abholen. Dann rasten wir erst. Vielleicht geht dadurch schon der Stufenverlust weg. Wenn nicht, muss ich mit Mycena reden und, äh, Genesung auf alle wirken. Nein, ich brauche, äh, wo ist sie denn? Heiler... Na... Welche Dienste bietet ihr an? Äh... H- Untertitelung. BR 2018 Worum wie ihr wünscht. So, rasten wir nochmal. Meine Laune ist uns schlecht genug, auch ohne euch. Ja, ich möchte jetzt schlafen. Ich hatte eigentlich gerade geschlafen. So, jetzt endlich. Ja, was zum Witz zu geben, macht keinen Sinn. Ja, was zum Witz zu geben? So, jetzt hat Minsk wirklich nichts mehr. Gut, und alle anderen sind, warte ich, wie sieht's mit den Erfahrungspunkten aus? Sieht sehr gut aus. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey, hast du noch etwas anderes erlebt? Ich bin ziemlich sick von einem Dorn, die in meinem Kopf rüberkommt. So, jetzt Dünner hier rausschmeißen. So, jetzt fehlt noch Dorn. The hero of Baldur's Gate deigns to speak with me. Sie hat ein Level-Up. Ah ja. Stufe erhöhen, Magiers, alles okay. So. Wie kann ich helfen? Sie trägt immer noch... Oh, Robin ist neutraler Erzmagier. Das ist gut. Anas Drachenbad und Meras Stab plus 1 trägt sie. So, jetzt müssen wir mal durchgehen. Den kann sie tragen. So. Das Ding ist auch für sie. Das auch. Das auch. So, den kannst du anziehen. Sich hier oben hat nichts mehr. Sie, das geht dann näherer. Dorn. 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 Das geht alles an sie. Gürtel geht auch an Dorn. Das passt da leider nicht rein. Sie, sie, sie. Das geht nicht. Ich kann es nicht mehr tragen. Es ist zerbrochen. So. Das geht an Dorn. 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 Das geht an sie. Okay. Dorn. Ich frage mich gerade, die Elfenrüstung kann nicht getragen werden. Druide, Vagia, welch Schamane. Okay. Gut. Ach so, ja. Heldentränke. Absorbationstränke. Die können erst mal weg. So. So.